Freunde, ich hab da was für euch. Der Frühling lässt auf sich warten, der Sommer ist irgendwie auch noch ganz weit weg und auch die Sonne. Bedeutet, die Laune könnte bei vielen Leuten da draußen ein bisschen besser sein und dann dachte ich, okay, vielleicht kann ich was ändern, wenn ich ein ganz nettes Gewinnspiel veranstalte. Was gibt es zu gewinnen? Ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gesehen. Einer von euch da draußen kann sich eine neue Moto 360, also die der zweiten Generation, komplett selbst designen und bekommt sie dann kostenlos nach Hause. Es ist wirklich vollkommen egal, welche Gehäusefarbe soll das sein, welches Band, also Leder oder vielleicht auch das Metallgliederarmband. Soll es Gold sein, soll es schwarz sein, was auch immer. Cognac, ganz egal, ihr könnt das zusammenstellen und genau das bekommt ihr, wenn ihr der glückliche Gewinner seid, dann kostenlos zusammengebaut, selbst designt und natürlich zu euch nach Hause geschickt. Gut, was müsst ihr machen? Das Ding wird ganz einfach, ich möchte das gar nicht kompliziert machen, aber mich interessiert natürlich, welches Design ist das, das euch am besten gefällt. Deswegen gibt es zwei Schritte für dieses Gewinnspiel. Das erste, designt eure Uhr einfach genau so, wie ihr sie gerne hättet. Bedeutet, ihr geht jetzt in den Moto Maker, ich habe euch einen Link unten in die Beschreibung gesetzt, klickt da einfach drauf und dann landet ihr direkt dort und dann stellt ihr euch sie so zusammen, wie ihr sie gerne hättet. Also so, wie ihr sie euch bestellen würdet, wenn ihr den Gewinncode bekommt. Wenn ihr damit fertig seid, dann erstellt ihr davon einen Screenshot. Ihr könnt mir leider nicht den fertigen Link senden, um das dann selbst von mir zu überprüfen, denn der Link, der geht immer wieder zum Moto Maker an den Anfang, bedeutet, ich sehe einfach nicht, was ihr euch zusammenstellt. Genau deshalb macht ihr bitte einen Screenshot davon. Wenn ihr diesen Screenshot gemacht habt, dann geht ihr entweder zu Facebook, zu Twitter oder zu Instagram oder gerne natürlich auch zu Zweien oder allen Netzwerken und postet dieses Foto. Weil ich natürlich sehen muss, was ihr da macht, habt ihr dann bitte noch den Schritt vor euch, dass ihr mich markiert auf dem Bild, dann sehe ich nämlich, okay, ihr habt das Bild gemacht und dann setzt ihr noch einen Hashtag und zwar... Danke Moto, wegen Motorola. Ja, also, ihr macht ein Foto, ein Screenshot davon, das könnt ihr natürlich auch auf dem Smartphone machen, geht dann in die sozialen Netzwerke, also Facebook, Twitter oder Instagram, postet dort das Bild, markiert mich darauf, alle meine Links findet ihr natürlich unten in der Beschreibung und ich blende sie auch nochmal ein, also zu Twitter, zu Facebook und zu Instagram, ist aber auch ganz leicht, das ist quasi überall der gleiche Name. Ihr verlinkt mich, ihr setzt den Hashtag Danke Moto und das war's auch eigentlich schon. Dann werden insgesamt zwei Wochen lang vergehen und dann ziehe ich den Gewinner. Ich weiß aber auch, dass es da draußen natürlich ein paar Leute gibt, die wenig, nicht so viel oder vielleicht gar nicht auf sozialen Netzwerken unterwegs sind und weil das hier natürlich immer noch YouTube ist und YouTube mein Ding ist, reicht es dann für euch, ihr könnt keine Fotos posten, deswegen nehmt euch einfach diese kleine Liste, die ich geschrieben habe, da steht drauf, Style, Lunette, Gehäuse, Armband, Zifferblatt, das sind einfach die fünf Schritte, die ihr auch auswählen würdet, wenn ihr das selbst designt. Ihr kopiert das einfach in die Kommentare und setzt dann den Stil, den ihr gerne hättet, ein. Bedeutet, wenn ihr gerne ein 46mm Armband habt, dann kommt zu Style 46mm. Wenn ihr gerne eine goldene Lunette habt, dann schreibt ihr daneben golden und so weiter, bis ich dann die fünf Punkte habe, die euer komplettes Design ergibt und auch die werde ich mir dann natürlich anschauen. Wenn ihr was bei Facebook, Instagram oder Twitter hochladet, dann gibt es da auf jeden Fall auch ein Like von mir, dann wisst ihr nämlich, okay, ich habe das Bild wahrgenommen, ihr habt alles richtig gemacht. Gut, ganz wichtig, ich habe schon gesagt, das Ganze geht zwei Wochen. Wir haben jetzt den 1. Mai, Sonntag den 1. Mai und sobald dieses Video online geht, startet das sofort. Könnt ihr also in die Beschreibung schauen, auf den Link zum Motormaker klicken, losdesignen und das Ganze dann als Screenshot nochmal posten oder eben bei YouTube in die Kommentare schreiben. Enden tut das Ganze arm, lasst mich kurz checken. Am 14. Mai, 17.59 Uhr, bis dahin könnt ihr also alles einreichen. Was danach kommt, ist leider zu spät. Da können wir auch keine Ausnahme machen, weil der Hund, weiß ich nicht, euren Screenshot verschluckt hat oder so. Ihr wisst schon, was ich sagen möchte. Der Gewinner wird dann natürlich zufällig ausgelost und bekannt gegeben und zwar am 15. Das ist der Pfingstsonntag. Ganz genau. Irgendwann im Laufe des Tages, es wird da von mir kein neues Gewinner-Video geben, also ich mache dann kein Video und sage, Jo, Glückwunsch, du hast das Video genommen. Ich werde das Ganze dann natürlich privat mitteilen und zwar per YouTube-Nachricht an den Gewinner eben, dass er weiß, okay, ich habe jetzt gewonnen, die Nachricht kommt auch wirklich nur von mir dann. Und ich werde es auf Facebook und auf Twitter nochmal verkünden. Bedeutet, wenn ihr das mitbekommen möchtet, ich weiß noch nicht genau, wann ich das an dem 15. mache, folgt mir da am besten, dann bleibt ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden. Auch sonst, wenn ihr ganz spannend findet, was ich bei Twitter, Instagram oder Facebook mache, dann folgt mir da, dann seid ihr auf jeden Fall immer auf dem Laufenden. Lasst mich nochmal auf meinen Spickzettel gucken und schauen, ob ich noch was vergessen habe. Genau, wenn ihr euch innerhalb von sieben Tagen, also wenn sich der Gewinner nicht innerhalb von sieben Tagen meldet, dann wird ein neuer Gewinner gezogen, auch wieder per Zufall. Irgendwie wollen wir den Gewinn ja auch loswerden. Und genau, in der Videobeschreibung ist alles nochmal zusammengefasst. Bedeutet, jeder einzelne Schritt ist es nicht schwer, es ist nicht kompliziert, es ist auch nicht viel. Aber um das nochmal so schön einramiert schriftlich zu haben, unten in der Videobeschreibung schaut unbedingt vorbei, da steht alles nochmal sauber aufgelistet. Ja, viel mehr gibt es in diesem Video gar nicht zu sagen. Ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen. Ich denke, Gewinnspiele sind immer ganz nette Sachen. Es ist nicht anstrengend, es ist vielleicht was ganz Schickes. Es kostet nicht viel Zeit und ich denke, als kleines Dankeschön an euch ist das immer eine ganz nette Sache. Gut, ihr wisst, was zu tun ist. Das war es von mir und diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Uh. Yeah. Uh.